Guten Abend zusammen. Ja, wer es gestern Abend schon befürchtet hatte im Live vom Love Café, wo ich schon mehr oder weniger erkältet war. Es hat sich leider nicht verbessert, zum Glück auch jetzt nicht unbedingt verschlimmert, aber ich bin wirklich erkältet. Ich habe Husten, ich habe nach wie vor Schnupfen und ich fühle mich wirklich nicht danach, heute Abend mich hier zwei Stunden oder länger vor die Kamera zu setzen. Ich bitte da ein wenig um Verständnis und die meisten werden das Verständnis sicherlich auch haben. Und deswegen möchte ich oder muss ich das Nachtcafé auf mindestens zwei Tage verschieben. Ich glaube, morgen wird es auch nicht erheblich besser sein. Und außerdem macht ja Da Vinci morgen Abend sein Live, da werde ich auch nicht dazwischen krätschen. Das heißt, ich werde erst mal das auf Dienstag 21 Uhr verschieben und wenn es ganz dumm läuft, halt auf Donnerstag. Aber ich denke, dass ich Dienstag wieder einigermaßen auf der Höhe sein werde. Aber heute Abend geht es leider nicht. Das wollte ich euch nur als Impfung geben. Nicht, dass ihr heute Abend dort sitzt um 21 Uhr und sagt, wo ist denn der olle Bernie? Warum geht er denn nicht live? Wie gesagt, mich hat es ein bisschen erkältungsmäßig erwischt. Und aber bei mir geht es eigentlich immer relativ schnell wieder vorbei. Ich habe wirklich gestern Abend gedacht, naja, heute Abend ist es so gut wie vorbei. Aber offenbar nicht und deswegen, wie gesagt, ich verschiebe die Sendung erst mal auf kommenden Dienstag. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und wir sehen uns spätestens am Dienstag.